Und hallo und willkommen zurück. Ich muss mich erstmal wieder orientieren, weil ich jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt habe. Ich wollte da rüber. Da ist so eine Kletterung. So, was ist das? Punkte, Punkte, Punkte sind immer gut. Kann ich hier hoch? Okay. Aber ich glaube, da kann ich hoch, genau. Ah, okay. Kletter schon! Kletter! Nicht runterfallen. Okay. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Die hat jetzt, meine ich, eben die normalen Pfeile drin. Achso, ich habe keine Feuerpfeile mehr. Okay, gut, das ist das, was ich wissen wollte. Shit. Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich habe es geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt! Ja, das mag sein, dass der Blick wirklich unglaublich ist. Unglaublich tief ist er vor allen Dingen. Aber, was ich noch unglaublicher finde, ist das, was die Macher offensichtlich wollen, was ich hier mache. Und, what the fuck? Wie soll ich das denn machen? Moment, hier ist ein Lagerfeuer! Fähigkeiten! Ich habe eine neue Fähigkeit, die ich freischalten kann. Irgendwas hier oben wollte ich unbedingt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich meine, ich brauchte zwei Punkte. Überlebensinstinkte halten länger an, nachdem Lara sich bewegt. War das das? Nee, oder? Erhöhte Effektivität von Wahrnehmung Pflanzen ermöglicht das zusätzliche Aufspielen von Feinden und Raubtieren. Sind sie Artifakte? Habe ich das schon? Nee. Und Schatztrum mit Überlebensinstinkten. Äh, das wäre mal cool. Das wäre wirklich mal cool. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was ich haben wollte. Ich glaube, ich wollte das, dass das länger anhält. Aber es ist natürlich auch cool, wenn wir Monolithen sehen würden. Also nehme ich das jetzt mal. Ähm... Äh, ja. Das war das mit den Herzen. Ist hier unten irgendwas Neues dabei. Ja, reduziert Fallschaden. Gut, könnten wir theoretisch auch nehmen. Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser. Das ist schön, wenn so ein tödlicher Sturz leiser ist. Nein, ich weiß aber schon, was gemeint ist. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Das könnte uns vielleicht mal helfen. So... Ja... Dafür habe ich nicht genug Platz. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht da. Da wollte ich drauf drücken. Hihi. Also an die muss ich dranspringen. Oh Gott, what the fuck. Ähm... Oh, hier kann ich noch was sammeln. Ey, hallo. Bleibst du mal bei meiner Ansicht? Ich habe doch gerade noch was gesehen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Und dem auch nicht? Da ist auch alles voll. Okay. Da habe ich aber hinten noch irgendwo Krug gesehen. Da... Punkte. Wir brauchen Punkte. Und wenn es nur ganz wenige sind, wir brauchen sie. Uh... Ich habe gar nicht gelesen, was da stand. Leck mich. Nein! Warum... Lara! Es ist schön, dass du jetzt leiser fällst. Obwohl sich das jetzt sehr laut angehörte. Aber warum zur Hölle nimmst du nicht einfach das Nächste? Muss die nicht da dran? Ans Erste. Doch, dann muss sie doch ans Nächste ran. Wieso macht die das denn dann nicht? Hallo! Schrei nicht so. Du machst mich ganz nervös, Mädel. Oh. Oh mein Gott. Ehrlich. Okay. Ich muss vorsichtiger sein. Ist das euer Scheißernst, dass ich jetzt noch mehr hier durch... Äh... Da... Ne, ich bin doch hier. Wo muss ich denn hin? Äh... Soll ich jetzt rechts oder soll ich jetzt links rum? Moment. Rechts habe ich doch nichts mehr. Da kann ich höchstens unten an die Kante dran knallen. Aber links habe ich doch auch nichts. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ehrlich jetzt? Was? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Nein! Oh! Jetzt weiß ich, warum die mehrere angezogen werden. Ich muss weg! Ja, das finde ich aber auch. Wow! Nein! Oh! Alles geht nach! Nein! 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 Ich habe die falsche Taste gedrückt, ihr Idioten! Aber wenigstens fange ich hier an. Okay, bei dem, ne? Okay. Oh, Scheiße! Dreht die sich jetzt mal richtig? Ich muss weg! Ja, ich weiß, ich weiß. Ist auf jeden Fall weg. Nein, nein, nein! Oh! Oh! Alles geht nach! Ei, 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 ei! Das war knapp! Herzattacke. Kann man die nicht kaputt machen? Oh mein Gott! Die kann man auch nicht machen. Kann man hier irgendetwas von den Dinger machen? Nee, das ist alles nur... Okay, dann brauche ich ja nicht über hinzulaufen. So! Drücken Sie A, um zu springen, dann drücken Sie B, um einzutauchen. Oh, okay. Ah! Hui! Das war nicht B. Das war X. Ich bin auch so dämlich. Ähm, gut. Aber ich glaube, ich muss in die Richtung. Ist hier oben denn noch irgendwas? Brauche ich die Pflanzen noch? Ich hoffe, es sind jetzt keine Piranhas da oben. Na ja, natürlich brauche ich die Pflanzen nicht. Das war so klar. Ich muss doch gar nicht tauchen. Was wollt ihr Idioten denn jetzt von mir? Bis hierhin könnt ihr das echt vergessen. Also bis hierhin werde ich niemals gesprungen. Lalalalalala. Äh, jetzt bin ich in der Sackkasse. Moment. Ich bin jetzt wirklich wieder zurück. Oder kann ich hier irgendwo raus? Achso, hier ist eine kleine... Oh, Leute. Alles klar. Leute, Leute. Ist nicht euer Ernst. Was ist eigentlich mit den Fröschen? Die können wir nicht benutzen. Da musstest du, glaube ich, was Eigenes für haben. So. Boah. Oh, oh. Ich ahne irgendwie nichts... äh, nichts Gutes. Das sind überall Sachen. Ich weiß nicht, wo ich als erstes hin soll. Moment, da ist ne Wand. Da hinten ist aber mein Ziel. War hier nicht noch irgendwas da? Hallo? Ach. Haut. Wir nehmen uns die Haut. Okay. Was bist du denn für ein Fisch? Ein Lama? Es ist gerade auch jetzt ein Lama, oder? Hallöchen. Achso, ich bin im Kreis gelaufen. Na toll. Wo hat denn hier gerade einer gestöhnt? War das jetzt rechts, oder war das jetzt weiter auf meinem Weg? Moment. Oh, nur Momento. Oh, das war der falsche. Äh. Hm. Nein, wie soll sie springen? Wie soll sie eigentlich nur leben? Hallo? Hallo? Wie soll ich schießen? Geht doch. Habe ich das jetzt zu kurz gemacht, oder was? Oh, oh, oh. Was habe ich jetzt? Geld? Geld? Gold? Wir klauen den armen Leuten hier doch mal die letzten Reichtümer. Ah, gut. Irgendwie müssen die ja meine Aufgaben bezahlen. Dass ich erstmal das Übel über sie drüber gebracht habe. Äh, für das Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Okay. Ähm, dass ich erstmal das Übel über sie drüber gebracht habe und sie dann retten möchte. Hau mal drauf, Lara. Ach, doch da oben. Wer ist da? Guten Tag. Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hat dir jemand rausgesetzt? Ich weiß, es tut weh. Aber... Du mich auch. Das wäre doch mal ein ganz cooles Kostüm. Aber dann bitte brustfrei. Also nicht brustfrei, aber mit Ausschnitt drin. Nicht so hoch gestochen. Das sieht doof aus. Danke. Wende! 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 Ah! 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 Eben Mittag. Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit! Okay. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kultes bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Und ich habe erwartet, Ruinen zu finden. Nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Den kennen wir doch. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Dir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu. Du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Ich bin so schnell. Vielen Dank.